In den kommenden Minuten möchte ich Ihnen das Content-Management-System Joomla vorstellen. Dabei möchte ich Ihnen insbesondere zeigen, was man alles mit Joomla anstellen kann und Ihnen ein paar besonders interessante Funktionen vorstellen. Joomla verwaltet Internetseiten. Wie so eine Seite aussehen könnte, sehen Sie hier. Es gibt Menüs, weitere kleinere Menüs, Bilder und natürlich jede Menge Text. In diesem Fall hat der Besitzer der Seite die Texte auf Englisch geschrieben. Sie selbst werden vermutlich ihre in Deutsch verfassen. Mit Joomla können Sie aber sogar auch mehrsprachige Seiten erstellen, die dann Ihren Besuchern die Texte in Deutsch und Englisch anbieten. Über dieses Eingabefeld hier oben können Besucher die Seite bequem durchsuchen. Die Suchfunktion stellt Joomla bereit. Das gilt auch für solche Kontaktformulare, über die Besucher Ihnen eine E-Mail schicken können. Die Suche und das Kontaktformular können Sie wie auch viele andere nützliche Zusatzfunktionen je nach Bedarf mit wenigen Mausklicks ein- und ausschalten. Des Weiteren können Sie ausgewählte Texte und Bilder vor den normalen Besuchern verstecken und nur ganz bestimmten Personen zugänglich machen. Bei einem Verein sehen dann beispielsweise nur die zahlenden Mitglieder die regelmäßigen Berichte des Kassenwarts. Über ein kleines Formular wie dieses hier müssen sich die privilegierten Personen zunächst mit ihrem Namen und einem Passwort gegenüber Joomla ausweisen und erhalten erst dann den Zugriff auf die exklusiven Inhalte. Besonders vertrauenswürdigen Personen können Sie sogar erlauben, eigene Texte zu veröffentlichen oder aktiv an der Gestaltung der Seite mitzuwirken. So können beispielsweise mehrere Vereinsmitglieder unabhängig und zu jeder Zeit Nachrichten einreichen. Wie Ihre Seite aussieht, bestimmen Sie natürlich selbst. Diese Beispielseite hier präsentiert auf der Startseite mehrere ausgewählte Texte. Längere Artikel lassen sich auf einer eigenen Seite weiterlesen. Sie können aber mit Joomla auch eine Bildergalerie erstellen. Das könnte dann so wie hier aussehen. Selbstverständlich ist auch ein Blog möglich. Hier sehen Sie dazu ein kleines Beispiel. Joomla reiht hier die Texte untereinander auf, eine Darstellung, die auch für einen Nachrichtenticker zum Einsatz kommen könnte. Die bisherigen Seiten waren alle in einem schlichten Weiß-Blau gehalten. Es geht aber natürlich auch bunter. Wie etwa die Seite der Oklahoma State University beweist. Und auch so kann eine von Joomla verwaltete Seite aussehen. Die YouMatters-Seite soll Selbstmord bei Teenagern verhindern. Und selbst das Guggenheim-Museum setzt Joomla ein. Eine Liste mit weiteren Seiten, die Joomla verwenden, finden Sie auf der Joomla-Homepage unter www.joomla.org Dann hinter dem Menüpunkt Extend und Showcase Directory. Wenn Sie Ideen oder Anregungen für Ihre eigene Seite suchen, sollten Sie in diesem Verzeichnis unbedingt ein wenig stöbern. Die Seiten des Guggenheim-Museums, des Blocks und die anderen Beispielseiten sehen auf den ersten Blick recht komplex aus. Lassen Sie sich davon jedoch nicht abschrecken. Das meiste erledigt Joomla für Sie. Sie müssen im Wesentlichen die Texte eingeben, die gewünschten Funktionen, wie etwa die Suche freischalten und sich für ein Aussehen entscheiden. All das erledigen Sie mit wenigen Mausklicks über Ihren Internetbrowser in dieser Steuerzentrale. Lassen Sie sich auch hier nicht von den vielen Menüpunkten irritieren. Es sieht komplizierter aus, als es tatsächlich ist. Um etwa einen neuen Text auf Ihrer Seite zu veröffentlichen, müssen Sie lediglich einen neuen Beitrag erstellen, ihm eine Überschrift verpassen, mein erster Beitrag dann den Text eingeben. Dies ist mein erster Beitrag. Vielleicht noch ein bisschen hübsch formatieren. Machen wir das mal fett. Dann den Beitrag auf die Startseite setzen und das Ganze speichern. Und schon erscheint der Text auf der Homepage. Die Optik Ihrer Internetseiten bestimmt in Joomla eine Designvorlage. Das hat den Vorteil, dass Sie mit wenigen Mausklicks Ihrer Homepage ein komplett anderes Aussehen verpassen können. Das möchte ich Ihnen kurz demonstrieren. Im Moment sieht die Homepage noch so wie hier aus. In der Steuerzentrale lasse ich mir jetzt einmal alle vorhandenen Designvorlagen anzeigen. Ich entscheide mich mal für diese Vorlage und wähle sie zum Standard. Auf diese Weise habe ich mit nur drei Mausklicks die komplette Optik meiner Seite verändert. Das ist besonders praktisch, wenn Sie etwa zu Weihnachten Ihrer Homepage vorübergehend ein feierliches Aussehen verpassen möchten. Die Vorlagen können Sie selbst erstellen oder aber fix und fertig aus dem Internet laden. Wie Sie gesehen haben, können Sie mit Joomla extrem komfortabel Ihre Internetseite verwalten. Dank Joomlas Hilfe können Sie sich ganz auf das Schreiben der Texte oder das Veröffentlichen von Fotos konzentrieren. Sie müssen noch nicht einmal programmieren können, um eine optisch ansprechende Homepage zu erstellen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.